hey zurück beim frodo und seinem gefährten wie heißt er das ist ja viel zu großes schloss so groß wieder wie die eingangstür das wäre doch was stelle vor ihr hättet so ein schloss vor eurer haustür mir würde das gefallen du bist eine statue das bedeutet eine karte steuern sind hilfreich meine geheimnisse drücke b um sie zu verwenden ich bin kartenstatue ich kann mich an die er der ringeteil überhaupt nicht mehr erinnern muss ich zugeben sie auch schon 13 jahre her 11 herauszummen aus ja ist in ordnung ich mache nicht will jetzt nicht was zurück hauptsache ich habe es aktiviert was machst du hier tanzt von hinten sagt es seltsam ist aber okay party warum soll warum soll ich hier weg zum teufel kann ich den ring nicht einfach nähkästchen reintun und gut ist gott nichts kann ich tun okay was kann ich mit dem klingeling machen ich weiß es nicht aber nichts wissen bedeutet nicht dass wir das nicht trotzdem schaffen hauptsache töten und den ring weg wechseln der hier ein lego feuer entzünden kann what okay machen lego feuer wow du kannst ein lego feuer exzellent und schön kann ich hier alles boxen und dass die blumen springen alles meins muss ich jetzt hierhin war das ein dezenter hinweis der pfeil ich folge einfach diesen dingen ich glaube das ist ein gutes zeichen aber das ist richtig hallo na feiert mal schön ich gehe kurz kämpfen gegen riesen und monster ich kann das schlagen 40.000 parts wenn ich jede einzelne möhre und mais gedans zerschlage kann ich super mario punch es ist immer so entspannen wenn plötzlich die musik man wird sogar wieder weggekommen da 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 Hallo Frodo. Verspindet! Was habt ihr hier zu suchen? Raus aus meinem Feld, ihr Grünstäbe! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Oh, oh. Von der Straße runter. Schnee! Das war's wie Darth Vader. Okay, leise Jungs, leise! Könnt ihr das nicht so laut klimpern? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Oh, na. Ich hoffe, das war leise. B. B. Hier steht B. Ich habe gebet, halte ich gedrückt, um zu zielen und lasse dann los, um zu werfen. Ziele. Und lasse los. Meins. Meins, meins. Komm her. Oh oh. Sam kam mit seiner Schaufel in Lego-Erdekraben. Warum sollte er das tun? Bist du Sam? Ich habe komplett... Das Graben, mein Freund. Okay, ich habe gegraben. Oh, was haben wir? Money, money, money. Ich x-e. Warum bleibt er auch immer stehen und wartet, bis ihm ein Unglück passiert und dann weiter zu... Wechsel mal auf Brody. Oh shit, er kommt zurück. Was leuchtet hier so? Ich will das haben, ich will das haben. Das ist meins. Wie komme ich dorthin? So, ganz einfach. Eins von zehn. Shh, 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 shh. Alles wird gut, alles wird gut. War ich den Blicken des schwarzen Ritters? Ist irgendjemand tot von uns? Sorry. Sag mal, der Knilch nervt hier hinten. Wir sind schon Knilche. Sind jetzt alle noch hier? Ist irgend einer... Drücke B, um den Tunnel zu kriegen. Gut, ich B. Hier wird nicht mehr geäht, hier wird gebet. Der war gut, oder? Der war nicht... Okay. Ich fand schon. Oh shit, das war nicht gut. Alles gut? Bin ich betrunken? Aber... Frodo! Ich muss nur über diesen Baum klettern, hier. Ich kann aber nicht... Ich... Okay, hier schon. Entschuldige. Gut, wir haben ihn verschwinden lassen. Das ist perfekt. Das ist mir kein Hunden weiter. Gehen wir aus dem Weg. Ich bin mir nicht sicher... Kannst du Pflanzen anbauen? Wozu? Sam, pflanzt mal an. Was ist, wenn ich oben... Ah, okay, dann bleibe ich oben. Nicht an dieser Stelle, natürlich. An dieser Stelle, natürlich. Nein! Holy... Okay. Das sind jede Menge Pflanzen. Das gebe ich zu. Lass mich zu Frodo. Aber es war es, Frodo. Leb wohl, Frodo. Ah, du hast den Ring. Aber du kommst dir sowieso mit. Daher. Hopp! Eine kleine Rolle, habt ihr gesehen? I'm the man. The Miniman. Die Zeit drängt und Gandalf, der Graue, reitet nach Isengard und ersucht mich um Rat. Sauron. Sauron. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Er war im Auenland. Direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller, als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden. Und den töten, der ihn trägt. Frodo. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der Weise? Wahnsinn, Vorzug vor Vernunft. Was ist das? X. Ich drücke doch. Ich habe doch... Hier keine Spoppenadeln mit deinem... Ich möchte auch irgend so ein Zauberkunststück machen. Warum kannst du so viel mehr Sachen? Aha! Hast du das gesehen? Halt die B gedrückt. Und was ist wieder los? Okay. What is this madness? B! I cannot stop. What the man? Achso! Ich kann... Okay, okay. Genau! Dann nimm das! Oh shit! Lass los! Lass los! Lass los! So, er ist geprutzelt, mein Freund! Nimm das! Hahaha! Das bringt dir gar nichts! Aber vielleicht auch ein bisschen was. Vielleicht ein kleines bisschen. Hör auf damit! Ähm... Muss ich in alle drei reinschleudern. Ist kein Problem. Das ist kein Problem. Tja, wirst du ge-ixt? Und dann geschleudert, mein Freund. Okay, mach dein Magic. Mach dein Magic! Your Magic Stick. Gonna hit me with your Magic Stick. Das ist 50 Cent. Okay. Ich bin explodiert! Oh, ich bin wieder hier. Muss ich aber noch warten? Ich kann da nicht mehr mit your Magic Stick. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz! Okay, das war wohl nicht gut, oder? Speichern und fortfahren. Ha! Perfektione! Baffa vada! Du kannst wieder behen. Was habe ich jetzt genommen? Einfach abzulegen. Upsi! Sorry! Ich habe es... Ich habe es einfach... Was hast du hier? Gar nichts. Ja, es tut mir leid. Du standst nicht weg. Da sind Punkte, mein Freund. Da sind weh... Wichtige Punkte. Okay, ich lege es hier ab. Nein. Bist du jetzt zufrieden? Sind wir jetzt zufrieden? Hauptsache, ich habe alles genommen, was es zu nehmen gibt. Ich sehe... Gott. Das ist auch immer dieser Idiot hier. Oh, shut... Wapwapwapwapwapwapwapwapwapwadoodle! Kann ich das schieben? Natürlich kann ich's schieben, nachdem ich das reingetan habe Perfekt Genau, machen den Abflug, mein Freund Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen, macht's gut Tschüss